Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und ich muss heute euch etwas ganz furchtbares sagen. Und zwar, ich wurde Opfer von einem Faker. Und das kam so. Ich habe ja seit längerem einen Freund in meiner Freundesliste, oder ich hatte einen Freund, der hieß Spetschke90. Und dieser Spetschke90 hat mich mal angeschrieben, kannst du mal eine Aufnahme von meiner Mob machen, die ich auf der Mapdome in MW3 gemacht habe? Und ich habe gesagt, kein Problem, Bro. Natürlich mache ich das. Da habe ich das aufgenommen, habe was kommentiert, hier hast du die schnellste Mord, das ist Spetschke90. Und dann hat er zu mir gesagt, geh doch mal auf meinen YouTube-Kanal Talong16. Bin ich gegangen, habe geschrieben, hey yo, Bro, bist du Talong16? Und er hat mir dann geschrieben, nein, bin ich nicht. Wer das gesagt hat, ist ein Faker, also Talong16 persönlich. Und zwar ist das einfach ein ganz großer YouTuber, Talong16. Und der hat es auf jeden Fall auf meinem Kanal gelesen. Hatte gedacht, scheiße, jetzt fällt ja, jetzt fällt ja meine, meine Lüge zusammen wie ein Kartenhaus. Und dann hat er Angst bekommen. Da hat er richtige Angst bekommen. Und hat er mir geschrieben, ähm, kann ich wörtlich sagen. Ähm, ja, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein und das Abo bei dir ist gelöscht. So, dann hat mein guter Freund Nongamora gesagt, ähm, hey, YouTube Gamescom, er hat mich als, äh, Nigger bezeichnen und als Schwuchtel und als, äh, Penisgesicht. So, ich denke nicht, dass der echte Talong16, ähm, ihr einen anderen Playstation-User als, äh, ja, hässliches, äh, Pimmelkind, äh, beleidigt. Das glaube ich nicht. Aus dem Grund, ähm, wollte ich euch einfach mal sagen, dass, äh, dass ihr, äh, dass ihr aufpassen sollt. Und ich will keinen Streit mit Schwedge90, das auf keinen Fall. Aber ich will trotzdem sagen, dass es einfach asozial ist und einfach nicht in Ordnung von dir, Schwedge90, dass du dich als jemand anders ausgibst, der du gar nicht bist. Du bist nicht Talong16, du hast keine 3000 Abonnenten und du, du bist einfach ein, ich sag's hart, Lappen. Du bist ein Lappen, das sage ich darum, weil sowas, was du machst, ist faken. Und Fakes sind scheiße. So, und du gibst dich als anderer, ein anderer Mensch aus. Und das ist strafbar, da kannst du richtig viel Ärger bekommen. Hab dich jetzt auch schon gemeldet beim Sony Network und ich denke mal, ähm, andere Freunde auch. Insgesamt, weiß ich, 40, 50 Leute haben dich jetzt auf dem Playstation 3 Network gemeldet, genau in dem Moment. Und, also ich habe zumindest 50 Leute, weiß ich jetzt, dass sie dich gemeldet haben. Und, ja, deine Playstation Account wird wahrscheinlich dann auch gebannt werden. Aber ich hoffe, dass das dir einfach eine Lehre ist, was du gemacht hast. Und, ja, passt einfach auf. Ich werde die, die ID, äh, in der Videobeschreibung erwähnen von Swetchke90. Und, ja, an die anderen Abos, haut einfach rein, Mann. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich weiß, ich mache kurze Gameplays, nie Nexo, ich weiß, hau rein. Und, ja, Leute, nochmal vielen Dank für über 80 Abonnenten. Ihr seid die geilsten. Bis zum nächsten Video, euer YouTube Gamescom. Ciao.